Für dieses kleine Beispielprojekt starten wir in CorelConnect und suchen nach dem Begriff Feld. Für den Anfang suchen wir uns zunächst einfach ein paar Bilder aus, die uns gefallen und platzieren sie in der Ablage. Ich werfe noch einen Blick in den Ordner Fotos Landscape. Hier haben wir noch ein schönes Bild. Wir werden auch noch einen Vogel brauchen, am besten schon als freigestelltes Objekt. Also schauen wir unter Objects, Animal Kingdom, Birds. Ich suche mir dieses Bild hier aus und das hier auch. Ich wähle nun das meiner Meinung nach am besten passende Bild für unser Projekt aus und öffne es mit dieser Schaltfläche in Corel Photo Paint. Wählen Sie das Beschneiden-Hilfsmittel aus. Ich weiß, wie groß das fertige Bild sein soll und gebe deswegen die Größe des Bereichs manuell ein. 250 mm breit und 80 mm hoch. Dann noch verschieben und mit einem Doppelklick bestätigen. F4 und wir sehen den Ausschnitt bildschirmfüllend. Wählen Sie als nächstes die Rechteckmaske aus und erstellen eine Auswahl um den Baum. Der Baum soll sich in der Mitte befinden und unterhalb fasst nochmal die Höhe des Baumes an Wiese. Dann STRG-C, STRG-V und wir erhalten ein neues Objekt mit dem Inhalt der Auswahl. Ich nenne der Übersicht wegen die Ebenen nun Baum. Entfernen Sie nun die Auswahl, deaktivieren Sie die Baumebene und wählen den Hintergrund aus. Der Baum muss jetzt vom Hintergrund entfernt werden. Wir haben ihn ja bereits in einer eigenen Ebene. Hierfür benutzen wir das Klonen-Hilfsmittel. Die Größe der Pinselspitze können wir anpassen, indem wir die Umschalttaste gedrückt halten und mit der Maus ziehen. Mit einem Rechtsklick legen wir einen Ausgangspunkt fest. Während wir malen, wird der Inhalt des Bildes vom Ausgangspunkt zur Pinselspitze transferiert. Beide Markierungen bewegen sich dabei zusammen. Das freie Malen funktioniert besonders einfach mit einem Grafiktablett. Ich verwende hier ein 12-Zoll-Synthic-Tablett von Bacom. Aber natürlich funktioniert auch jedes andere Tablett mit Coralphotopaint. Ich möchte nun als nächstes dem Baum einen Schatten geben. Dafür kopiere ich die Baumebene mit STRG-C und dann STRG-V. Ich nenne diese Ebenen nun Schatten. Um besser zu sehen, was ich als nächstes mache, deaktiviere ich noch die beiden anderen Ebenen. Jetzt gehe ich im Menü auf Bild und wähle den Ausschnitt-Editor. Vergrößern Sie zunächst mit der Lupe den Baum und wählen dann den Markierungsstift. Ich verwende hier eine Pinselgröße von 12 und eine rote Markierungsfarbe für einen guten Kontrast zum Grün. Malen Sie nun eine Linie um den Baum. Mit einem Grafiktablett geht das Ganze einfach und schnell. Versuchen Sie die Linie genau auf der Grenzfläche zwischen Baum und Himmel zu malen, sodass etwas von Himmel und vom Baum unter der Linie ist. Wichtig! Schließen Sie die Linie, damit wir den inneren Bereich definieren können. Um die kleinen Himmelflächen hier zu markieren, male ich einfach Punkte darüber. Wählen Sie nun das Füllen-Hilfsmittel und klicken innerhalb des Baumes. Wenn Sie jetzt Vorschau klicken, sehen Sie bereits das Ergebnis. Wenn alles in Ordnung ist, wie bei mir hier, mit einem Klick auf OK bestätigen. Aktivieren Sie nun die Baumebene. Skalieren Sie den ausgeschnittenen Baum nach unten, ohne dass er dabei in die transparente Fläche ragt. Aktivieren Sie jetzt auch wieder die Hintergrundebene. Klicken Sie dann auf Anpassen und wählen Graustufen. Verringern Sie den Kontrast der Grün- und Gelbwerte. Schatten sind normalerweise vor allem schwarz, ohne Kontraste im Schatten selbst. Was aber zu sehen ist, ist die Struktur der Oberfläche, auf die der Schatten fällt. Also verwenden Sie das Objekt-Transparenz-Hilfsmittel und wählen in der Liste die Option Flach. Dazu etwa 50% Deckung. Mit Z auf der Tastatur aktivieren Sie das Zoom-Hilfsmittel. Vergrößern Sie nun den Schatten. Wählen Sie jetzt den Radierer aus. Passen Sie gegebenenfalls noch die Pinselgröße an. Ich verwende einen Transparenzwert von 90 und einen Verlauf von 100. Dadurch kann ich den Schatten sehr vorsichtig bearbeiten. Fahren Sie nun um die Ränder des Schattens. Besonders an den am weitesten vom Baum entfernten Stellen. Damit simulieren wir einen natürlichen Schattenverlauf. Ebenso verringern wir die Stärke des Schattens an den helleren Hügelkuppen. Einfach wieder mit dem Radierer leichter rüberfahren. Der Schatten wirkt nun bei weitem echter. Kommen wir zum nächsten Schritt. Deaktivieren Sie die Schatten- und Baumebene und wählen die Hintergrundebene aus. Verwenden Sie nun das Hilfsmittel Zauberstabmaske. Stellen Sie die Toleranz auf etwa 10 und aktivieren den additiven Modus. Klicken Sie nun sehr weit oben auf den Himmel, dann etwa in der Mitte und dann möglichst weit am Boden. Die einzelnen Auswahlrahmen addieren sich und bilden eine einzig große Auswahl, die den gesamten Himmel umfasst. Mit STRG-C, STRG-V kopiere ich den Himmel in eine eigene Ebene, nennen wir sie Himmel. Wählen Sie wieder den Hintergrund aus. Das ist wichtig, sonst funktioniert der nächste Schritt nicht. Invertieren Sie die Auswahl mit dieser Schaltfläche und erstellen wieder mit STRG-C, STRG-V eine neue Ebene, jetzt nur mit der Wiese. Und wieder die Ebene benennen. Entfernen Sie nun noch die Markierungen. Nun fügen wir ein paar Effekte für den Himmel und die Wiese hinzu. Als erstes werde ich den Himmel bearbeiten, also wählen Sie die entsprechende Ebene aus. Ich benutze hierfür einen brandneuen Effekt, den Fotofilter. Ich wähle ein Gold, um den Himmel etwas abzustumpfen. Die Wiese erhält ebenfalls einen Fotofilter, dieses Mal ein Orange. Die Wiese wirkt dadurch alt und trocken. Alles soll etwas welk aussehen. Ich werde nun für etwas Ordnung in unseren ebenen Stapel sorgen. Ich ziehe Baum und Schatten an die oberste Stelle, markiere beide mit gedrückter STRG-Taste und dann Rechtsklick Gruppieren. Die Gruppe nenne ich Baum mit Schatten. Machen Sie dasselbe noch mit dem Himmel und der Wiese. Nennen Sie die Gruppe Mein Hintergrund. Erinnern Sie sich noch, wir hatten Vogelbilder in unsere Corel Connect Ablage gelegt. Öffnen Sie das Connect Undock Fenster und aktivieren die Ablage. Ich wähle nun diesen Vogel aus und ziehe ihn in die Arbeitsfläche. Passen Sie die Größe und Position an und wieder Rechtsklick Zuweisen. Das gibt dem Baum etwas Lebendiges. Ich werde als nächstes die Struktur der Wiese und den Kontrast des Bildes gezielt verstärken. Öffnen Sie Ihre Hintergrundgruppe und wählen die Wiese-Ebene aus. Verwenden Sie dazu das Effekthilfsmittel Wählen Kontrast mit der Einstellung Kontrast erhöhen. Stellen Sie den Betrag etwa auf 25. Malen Sie nun möglichst genau auf der Linie des vordersten Hügels. Die dunklen Bereiche werden dadurch dunkler und die hellen heller. Malen Sie ein paar Mal über die Kante, bis der Kontrast stimmt. Als nächstes erhöhe ich den Kontrast des Grases auf den Hügelkuppen. Es sieht nun aus, als würde die Sonne schräg darauf scheinen. Das wäre es bis hierhin. So sieht es vorher aus und somit angepassten Kontrast. Wir speichern das Dokument am Schluss noch als Corel Photo Paint Datei, auch genannt CPT Datei und importieren diese für den nächsten Teil in Corel Draw X5.